Moin sind ihr Füchse und Füchseinnen da draußen, ich bin euer Blaufuchs und ich begrüße euch wieder recht herzlich zurück hier zum Foodtruck Simulator. Im letzten Part hat es uns mal wieder zurück in den Stadtpark verschlagen. Ja und wir machen uns jetzt, wir packen unsere Sachen und machen uns auch zum nächsten Ziel. Mal gucken was als nächstes ansteht. Ich würde gerne wieder was mit Pizza machen. You're gonna freaking love it. Der Foodtruck ist auch nicht schlecht. It's so unhealthy. So bereite dich auf den Wettbewerb vor. Ja ja machen wir. Was haben wir denn hier? Burger und Pizza, das ist eigentlich genau mein Ding. Von 16 bis 2 Uhr. Oh das wird eng, das schaffen wir glaube ich nicht mehr. Das schaffen wir glaube ich nicht mehr. Was haben wir hier noch? 18 bis 4 Uhr. Burger und Pommes. Burger und Pizza bis 8 Uhr. Guck mal da am Hafen. Da gehen wir hin. Gehen wir zum Hafen. Okay let's go. Ich muss nebenbei immer die Map öffnen. Ich weiß, wenn du zugucken ist, ist das ein bisschen nervig, weil euch das immer wegflasht. Aber ich finde da sonst nicht hin. Moin. So warte. Äh äh. Warte aus. Wie viel sieht das denn mit dem Sprit aus? Oh tanken müssten wir auch mal wieder. Dann tanken wir auch eben noch oder? Komm. Dann wird ihr dran vorbeifahren. Geh die Kohle wieder raus. Kohle geht wieder raus. Ihr sagt es euch. Opala. Oh ich bin ein bisschen gegen gefahren. Aber alles gut. Alles gut. So und los. Das ist ein guter Preis. Na ja tolle Sache. Machen wir voll den Apparat. Oh mein Gott. De 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 de. Sehr schön. Jetzt noch ein bisschen Beeilung. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Um an den Hafen zu gelangen. Vorsicht. Oh oh. Geh mal aus dem Weg da jetzt. Bist du auf der richtige Weg Alter? Ich glaube schon. Oh die Zeit wird aber echt knapp. Guck mal ein bisschen geradeaus. Ballern dann haben wir es. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Gas geben. Musst du hier gleich äh rechter Hand irgendwo sein. Hier rein. Uh. 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 Ich hoffe die Zeit zählt dann ab jetzt. Nicht dass wir jetzt da gleich nur noch einen Kunden abkaspern können. Das wäre irgendwie ein bisschen doof. Mal sehen wie das läuft. Aber ich glaube man hat immer gleich vier Minuten oder? Man muss nur den Ort erreichen schnell genug. Uh. Uh. Wir sehen es wieder. Hallo. Lecker Essen. Heiß und fertig. Aus dem Ofen. So. Kommen sie ran. Kommen sie ran. Alle Mann. Ja gleich viel Zeit. Glaub schon. Vier Minuten irgendwas. So. Alter. Ich hab ja richtig Bock ne. Los geht's. Gas haben wir noch am Start. Geht noch. Knusprige Pommes mit Mayo. Ja gerne. Warten sie. Öl geht rein. Und los. So. Einmal knusprige Pommes mit Mayo. Geht los. Geht los. Margarita und Mozzarella Pommes. Margarita und Mozzarella Pommes. Kriegen wir auch hin. Wie sollen die Pommes sein? Ebenfalls knusprig. Mann. Bleib mal auf hier. So. Dazu eine Margarita. Nehmen wir hier diesen wunderbaren, köstlichen Pizzateig. Rollen den mal schnell aus ne. Wir schauen kurz an den Pommes. Die sind noch normal. Dann brauchen wir unsere Sauce. Die ist verdorben. Die kommt weg. Ja. Die geht noch. Lade. Da ist die erste Ladung gleich fertig. Knusprige Pommes mit Mayo. Zack. Zack. Das war die Eins. Und guten Appetit. So. Hier nochmal knusprige Pommes. Dankeschön. Mit Mozzarella. 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 So. Und dann brauchst du noch ein bisschen Pizza-Sauce. Sauce. Auf die Pizza. Los, los, los. Okay. Darauf eins, zwei, drei. Vier Scheiben Mozzarella. Gönn dir, Junge. Eins. Drei. Drei. Und vier. Das war's, ne? Okay. Hier drin in den Ofen. Pizzaschachtel hin. Die Pommes sind soweit durch. Die drei möchten Senfpommes. Okay. Ich bin nicht hier, um zu urteilen. Einfach gönnen. Ganz normale Fritten. Das ist doch mal was Schönes. Mal nicht totgebacken. Pizza. Normal. Gebackener Pizzateig. Schön. Und raus mit dir. Guten Appetit. So. Hier haben wir gleich frittierte Fritten. Mit Senf drauf. Ey, ohne Spaß. Jetzt ist schon mal jemand von euch Pommes mit Senf gegessen. Also beabsichtigt. So. Frittierte Fritten und Senf drauf. Kein Problem. Du, jeder wie er das mag, ne? Gönn dir. Senffritten sind fertig. Klassische Pommes. Einfach, aber gut. So. Zack, zack. Nice. Nice. Geil, ne? Gönn dir. Okay. Klassische Pommes. Einfach nur Pommes. Ohne Aal. Was wolltest du noch? Und nochmal knusprige Pommes. Ihr wollt ja echt sehr viele Pommes. Hier nochmal was teureres, was mehr Geld bringt. So. Gleich haben wir da die ersten frittierten Pommes. Schön. Das war für die vier. Bitte schön. Von acht Dollar kann ich mir auch nichts kaufen, ne? Das ist halt echt so. Knusprige Pommes. Ja, war ja auch nicht so kompliziert, ne? Pommes halt, ne? Noch jemand Hunger? Hier, ach, guck mal da. Suchen Sie sich was Leckeres aus, ne? Ich empfehle das überbackene Haggis. Oh, eine Pizza. Sehr gute Wahl. Sehr gute Wahl. Sehr gute Wahl. Pizzateig. So, ausrollen. Warte mal, wie sieht es mit dem Pommes aus? Ne? Geht noch. Warte, ich roll eben die Pizzateig noch aus. Es geht hier rund, es geht rund hier, ne? Nur knusprige Pommes wollte die fünf, okay. Bitteschön. Zurück zur sechs. So. Habe mich so beeilt, ich dachte, wir kriegen noch einen. Einen siebten, der noch drin gewesen. So, Mozzarella-Scheibe. Dann eine Zwiebelscheibe. Habe ich sowas noch? Zwiebel? Ja. Zwiebel. Tomate. Champignon. Und ein Stück Chili. Guck mal, alles vorgeschnitten. Mega. Wenn wir warten, können wir eine neue Chili schneiden. Na ja. So ein Mittelgut, ne? So. Wie sieht es aus? Noch ist es roh. Was wolltest du denn? Knusprig soll sie auch noch sein, damit das so richtig schön lange dauert. Na dann kann ich eigentlich noch einen Pilz wieder schneiden, ne? Was können wir auch machen, wenn es soweit ist. So. Ist gleich fertig, du. Wird schon wieder Tag, ne? Dass du überhaupt noch Hunger hast, wundert mich auch, ne? Ich habe nicht gedacht, dass du so lange am Hunger haben bist hier. Aber wie du das möchtest, ne? So. Na komm. Du, 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 du. Jetzt ist sie knusprig. Bitteschön. Guten Appetit. Bon Appetit. Bon Appetit. Reingehauen, ne? Awesome. Ja, danke, danke, danke. So. Dann machen wir es mal ein sauber machen. Der Tisch ist im Grunde sauber. Burger haben wir, den Grill haben wir nicht benutzt. Hier einmal nochmal durchbürsten. Wunderschön. Und die Fritteuse. Ja, ausmachen. Öl ablassen. So. Und weg mit dem Frittenfett. Wie sieht denn der Frittenfettstand noch aus? Wir haben noch zwei Öldinger. Das reicht noch. Ich habe so viel Burger-Bands. Wir müssen auf jeden Fall irgendwo hin, wo man Burger machen kann. Auch Burger-Fleisch habe ich noch ohne Ende. Also nächste Tour führt wieder zu einem Burgerplatz. Und dann geht das schon wieder. So. Abgefahren. Abfahrt. Suchen wir uns einen Ort mit Burgers. Noch geht's. Wir müssen dann irgendwann demnächst mal wieder zumindest Öl und vielleicht auch Gas auffüllen. Wobei, inzwischen hält Gas echt ganz schön lange, ne? So. Was hatten wir gerade hier noch was zu tun? Business-Distrikt. Die wollen halt Sushi. Da habe ich keinen Bock drauf. Burger und Pommes. Hier oben. Sushi und Pommes. Pizza und Sushi. Pizza und Sushi. Dann müssen wir ja wohl wieder dahin, ne? Wieder mal zum Stadtpark. Burger und Pommes. Bis 8 Uhr. Ne, von 8 Uhr bis 20 Uhr. Dann los. Stadtpark. Dafür muss ich jetzt mal geradeaus fahren. Oh, was ist das hier für eine weiße Schlotze da? Keine Ahnung. Ich will das lieber nicht wissen. Vorsicht, ich komme. Wir dürfen jetzt noch nicht reinfahren, aber du. Man muss sich auch mal wieder setzen. Uah. Das war jetzt nicht so clever. Egal. Oh, oh. Oh, vorsichtig. Vorsichtig. So. Wo war jetzt der Stadtpark? Da ich bin verwirrt. Da, ne? Ja. Hier lang. Gleich links. Gibt es da hier auch Handbremse? Ja, geil. Wir sind die coolsten, wenn wir cruisen. Wenn wir durch den Stadtpark düsen. So. Burger Zeit. Ach, ich habe Bock auf Burger. Burger macht einfach Spaß. Ich mache die gerne im echten Leben. Ich mache die gerne virtuell. Burger gehen halt einfach immer. So. Bup, bup. Bup, bup. Bup, bup. Bup. So. Licht an. Und Action. So, das Gas würde ich jetzt mal wegschmeißen, weil 4% geht nicht. Ne? Dann mache ich eben den Grillern oder so, dann ist die gleich leer. So. Klassischer Burger und Pommes mit Ketchup. Warte, geht los. Öl rein. Pommes mit Ketchup und einen klassischen Burger. Fleisch gut durch. Sind Sie sich sicher, dass das wirklich gut durchgebraten sein soll? Oh ja, müssen Sie ja wissen, ne? So, Brot. Knipp. Zack. Zack. Dann brauchen wir einmal eine Burger-Kiste, eine Pommes-Kiste. Zweite Person möchte doppelt... Oh Gott, da machen wir immer eins nach dem anderen. Das schaffe ich sonst nicht. Das wird mir sonst zu kompliziert. Pommes, ganz normal, ne? Grittier die Fritten. Zack. So, warte, ich muss immer Gas austauschen. Ich bin mir sehr sicher. Oh, ist mir das auch schlecht? Und weiter geht's. Zack. Grill wieder anschmeißen. So. Knuspriges Brot. Knuspriges Brot. Fleisch, medium gebraten. Das soll durch. Ketchup noch auf die Pommes. Fleisch gut durchgebraten. Los, los, los. Sehr schön. Zack. Sonst nix. Das ist das denn, Alter. Das ist ja voll dröge. Aber müssen Sie wissen. Bitte schön. Und Ihre Pommes noch. Und dann wünsche ich einen guten Appetit. Lassen Sie es sich schmecken. So, Nächster möchte eine... frittierte Pommes mit dreimal Ketchup. Gerne. Pretty much what I ask for. Ich hoffe doch. Pommes mit dreimal Ketchup. Und Doppelburger. Burger. Burger. Fleisch, medium. Bacon. Richtig gut durch. Und ein Brötchen natürlich noch. So, Fleisch, medium gebraten. Roh gebraten. Was machen wir auf die Pommes? Frittierte Fritten. Medium gebraten. Medium gebraten. Knusper. So, also. Fleisch drauf. Fleisch drauf. Auf die Pommes. Dreimal Ketchup. Eins, zwei, drei. Bitte schön. Da brauchen wir Bacon gut durch. Haben wir gleich. Peck. Guck mal, unser Speck ist jetzt Bacon geworden. Interessant. So, dann eine Scheibe Tomate. Und eine Scheibe Käse. Fertig. Ja, dann haben wir das doch. Und Deckel drauf. Zack. Das ist dann die zwei erst. Heftig. Aber das war eine dicke Bestellung. Bitteschön. Da kommt hoffentlich auch ein bisschen Kohle rein. Ja, guck mal. 33,80 für einen Burger mit Pommes, Alter. Gönn dir. Premium Cheeseburger. Da weiß jemand, was er will. Sehr gerne. Fleisch, medium haben sie gesagt. Ja. Peck ebenfalls medium. Kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Aber das müssen sie wissen. Der Tag ist auf jeden Fall. Geht was los. Aber lieber so, als wenn nichts los wäre. Kohle muss rein. So. Fleisch roh gebraten. Wolltest du zu einem Burger noch was anderes? Ne. Eine Scheibe Käse noch. Habe ich noch? Ja. Legen wir schon mal hin. Danach nochmal zwei Burger gleich. Also. Brötchen. Fleisch medium gebraten. Bacon medium gebraten. Käse. Und Deckel drauf. Das wäre der Premium Cheeseburger. Auftrag Nummer drei. Bitteschön. See you later. Bye. Hier brauchen wir einmal Fleischgut durch. Eine Burgerbox. Ein Bann. Und dann brauchen wir nochmal medium gebraten. Medium gebraten. Medium gebraten. So. Das ist gleich durch. Irgendwelches Bacon noch. Medium gebratener Bacon. So. Fleisch richtig gut durch. Deckel drauf. Das ist der erste Burger. Verauftragt Bier. Knuspriges Brot. Fleisch medium. Ja. Becken auch medium. Scheibe Käse. Sonst noch irgendwas? Ne. Haben wir das gleich. Komm. Mach mal eben fertig hier den Scheiß. Komm. Los. Specken medium. Sehr schön. Käse. Deckel drauf. Auftrag vier. Fertig. Bitteschön. Nochmal 28 Dollar. Dann wollen wir Pommes mit Ketchup. Sehr gerne. Pommes mit Ketchup. Und einen klassischen Burgerfleisch. Gut durch. Ich glaube diese Surimi scheiße. Die brauchen wir echt nicht. Das wird niemals auf irgendwelche Pizzen oder sowas draufgepackt. Deswegen. Ich entferne das jetzt mal eben. In den Mülleimer. So. Tschüss. Äh. Klassische Pommes. Burger. Ach ne. Habe ich schon drauf. Gut durch. Ne. Pommes. Normal frittiert. Frittierte Fritten. Zack. Irgendwas drauf. Aber Pommes. Ketchup. Gerne. Fleisch medium gebraten. Das ist schon mal gut. Das. Ne. Du willst das ganze. Was willst du haben? Gut durch. Okay. Lege ich nochmal wieder drauf. Das braucht noch einen kleinen Moment. Ja Han. Ist gut. Jetzt ist es durch. Meine Lieben. Der Hahn. Er ist am Krähen. Und ihr wisst was das bedeutet. Wir machen an dieser Stelle dann erstmal einen kleinen. Ganz gemütlichen Break. Ne. Wenn euch das ganze gefallen oder nicht gefallen hat. Lasst bitte wie immer entsprechende Däumlein da. Äh. Kommentare. Und Feedback. Natürlich sehr sehr gern. Unter dem Video posten. Und ansonsten. Guten Appetit. Sehen wir uns dann gerne gleich. Im nächsten Part wieder. Bis dahin. Euch ganz viel Spaß beim Zocken. Tschüss. Euer Blaufuchs.